Nächster Österreicher ist Georg Streitberger aus der Nähe von Saalbach. Einer, der das Tempo, die Geschwindigkeit liebt, der unglaublich hohes Risiko geht. Motorradfreak. Um schon zu sehen, wie aggressiv der Streitberger da zu Werke geht. In den ersten Toren schon. Hoffentlich überzieht er da nicht. Extreme Innenlage, schnell ist er. Ziel wird auf die Einfahrt hier ankommen. Gut erwischt. Schiefer schlagen, muss aufmachen, kostet Zeit. Verliert die Idealposition. Schade, bis dahin war er sehr schnell unterwegs gewesen. Hat er da sofort korrigiert. Auch da nochmal so eine leichte Unsicherheit am Schwungende von Streitberger. Auch hier ist er sehr, sehr tief und jetzt fährt er fast am Tor vorbei in der Traverse. Hat es so stark begonnen. Weiter Satz auch von ihm unten noch einmal. Und fällt dann unten doch zurück. Es ist noch nicht das Rennen der Österreicher hier. Marco Büchel führt, Kutscherer, Defago und Staudacher auf den Positionen. Streitberger mit großen Problemen. An einer der Schlüsselstellen hier beim Super Jeep.